Warum ist die aktuelle Gesellschaft so, wie sie ist? Warum sind die Menschen heutzutage so zerrissen? Warum gibt es so viele psychisch kranke Menschen? Und warum leiden die Menschen unter ihren psychischen Krankheiten? Darüber sprechen wir in diesem Video. Ich werde ganz genau analysieren, warum ist unsere gesellschaftliche Situation aktuell so, wie sie momentan ist? Und das zu verstehen wird auch denen Menschen, welche unter dieser gesellschaftlichen Situation, unter der großen Zerrissenheit, welche wir alle spüren, unter den Menschen sehr viel weiterhelfen. Denn die Situation zu verstehen, hilft den Menschen, wird euch da draußen helfen, eine Entscheidung zu treffen. In welche Richtung gehe ich? Und das ist doch für viele Menschen das ganz, ganz große Problem. Sie wissen einfach nicht, was soll ich tun? Ich sehe, dass ich leide, aber es fällt mir sehr, sehr schwer, einen Lebensweg einzuschlagen, weil mir alle etwas anderes sagen, im Hinblick auf mich und meine Situation. Es gibt in der Gesellschaft zwei ganz, ganz große Denksysteme. Das eine Denksystem, bei den eher Jüngeren in der Gesellschaft, von 0 bis vielleicht 40, ganz, ganz grob gesagt, lautet, Du bist gut, so wie du bist. Du bist ein wertvoller, liebenswerter Mensch, so wie du auf die Welt kommst. Es kann nicht sein, dass du dich verbiegen und anpassen musst. Es kann nicht sein, dass dir irgendwelche Leute sagen, du musst deinen menschlichen Wert erst erarbeiten. Und dann gibt es das andere System, bei den eher älteren Menschen in der Gesellschaft, 40 plus, 50 plus, welches genau das Gegenteil aussagt. Nämlich, du bist nichts wert, bevor du dir deinen menschlichen Wert erst erarbeitet hast. Und das insbesondere, was den beruflichen Werdegang anbelangt, was also den Stand in der Gesellschaft anbelangt. Und diese beiden Systeme kollidieren momentan ganz, ganz stark miteinander. Und warum sie das gerade in der heutigen Zeit tun, werde ich auch in diesem Video später noch benennen. Und die menschliche Psyche funktioniert nun einmal so, dass der größte Schmerz im Menschen in der Psyche ausgelöst wird, wenn die innere Realität nicht mit der äußeren Realität übereinstimmt. Das müssen wir uns merken. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir innerlich davon ausgehen würden, hey, ich bin gut und liebenswert, so wie ich bin, ohne dass ich erst etwas leisten muss, auch wenn das vielleicht wünschenswert wäre, und das bekomme ich auch vom Außen wiedergespiegelt, ist das Innere und das Äußere deckungsgleich. Das Meer unserer Psyche bleibt geglättet. Eventuell sogar umgekehrt, obwohl das natürlich ein sehr viel schlechterer Zustand ist, ist aber immer noch lange nicht so schmerzhaft, wie wenn es zu einem Missverhältnis zwischen innen und außen käme, ist, wenn wir innerlich davon glauben würden, hey, du musst dir deinen Wert erst erarbeiten. Und das ist schlicht und ergreifend auch das System, in dem wir leben. Das ist ganz wichtig, das zu fixieren. Das ist, dass wenn wir innerlich davon ausgehen, dass wir unseren Wert erst erarbeiten müssen und wir diese Realität auch im Außen vorfinden, das ist für die Psyche leichter zu ertragen. Das ist ganz wichtig. Das ist wirklich ganz wichtig. Leichter zu ertragen, als zu sehen, ich habe den Glaubenssatz, dass ich mir meinen Wert erst erarbeiten muss, aber im Äußeren funktioniert das gar nicht so. Denn das ist die Situation, welche wir gesellschaftlich momentan haben und weswegen beide Parteien, das ist ganz wichtig, das alte Denksystem und das neue Denksystem, aneinander leiden, weil sich beide eine andere Realität vorleben. Das ist ganz wichtig. Also, wie meine ich das? Wir haben jetzt das jüngere Denksystem. Du bist gut, so wie du bist und du musst dir deinen Wert nicht erst erarbeiten. Das kriegen wir wiedergespiegelt überall in den sozialen Medien, auf Instagram. Das ist das, was die Coaches und Psychologen dir da draußen immer und immer wieder sagen. Die äußere Realität für dich, ganz, ganz häufig für dich als meinen Zuschauer, welcher wahrscheinlich auch unter der gesellschaftlichen Situation leidet, ist aber die, dass du irgendwo zum Beispiel dich vorstellst oder in einen Betrieb arbeiten gehst, bei einem Amt vorstellig wirst und man dir dort aber signalisiert, hey, du musst jetzt erst mal leisten und wenn du nicht leistest, dann wirst du hier auch nicht wertgeschätzt. Du kannst sofort gehen. Wir schmeißen dich raus. Oder auch die Mentalität, dass Auszubildende erst mal ganz schlecht behandelt werden müssen und sich ihren Stellenwert im Unternehmen erst erarbeiten müssen und Auszubildende sollen kein Geld verdienen oder nur ganz, ganz wenig und den können wir ja ausnutzen und dann musst du den Kaffee holen. Das habe ich in Videos in den letzten Wochen schon immer wieder erklärt. Ich denke, jeder weiß genau, was ich hier meine. Ja, und ganz, ganz problematisch sogar dann, und das betrifft ja die meisten auf diesem Kanal, mich genauso wie euch, wenn man zum Beispiel krank ist, wenn man nicht voll leistungsfähig ist im Beruf oder in der Gesellschaft. Auf der einen Seite kriegt man von den Ärzten gesagt, ja, es ist doch völlig in Ordnung. Wenn sie nicht leisten können, dann leisten sie eben weniger. Sie sind ja trotzdem liebenswert mit Autismus, mit Born Allein, mit Depressionen, mit KPTBS, whatever. Aber die gesellschaftliche Realität, die man wiedergespiegelt bekommt, ist häufig eine andere, dass der Chef sagt, du musst trotzdem ganz, ganz viel leisten, du schützt doch deine Krankheit nur vor. Und das ist jetzt ganz wichtig. Ich war auch krank in meinem Leben und habe trotzdem gearbeitet. Ich habe mich nicht auf meiner Krankheit, nicht auf meiner Diagnose ausgeruht. Und das ist natürlich auch das, was uns häufig von unseren Mitmenschen vermittelt wird, welche in einer ähnlichen gesellschaftlichen Situation eingeklemmt sind und welche dadurch psychisch zerrissen sind. Okay, das ist alles ganz wichtig zu verstehen. Darunter leiden, weil nicht deckungsgleich innere Glaubenssätze, was einem eingepaukt wird auf Social Media, hoffentlich von den besten Freunden und von Psychologen und Ärzten, mit der äußeren Realität. Die äußere Realität zeigt etwas anders. Deswegen extremer psychischer Schmerz. Ich bin eingeklemmt, ich bin zerrissen. Was soll ich machen? Lustigerweise, muss man schon fast sagen, sind aber das alte Denksystem, die Leute, die in diesem alten Denksystem verharren oder verbleiben. Verharren ist vielleicht das falsche Wort, denn, ja, wenn man erstmal Glaubenssätze installiert und eingepaukt bekommen hat, 50 Jahre, das kann man nicht einfach so über Bord werfen. Wäre ja schön, wenn es so ist. In diesem alten Denksystem sind. Die leiden jetzt genauso. Die haben genauso Wut. Die haben genauso Irritationen. Weil genau diese Menschen, die eben glauben, ich muss mir meinen Wert erst erarbeiten und die das getan haben, die zum Beispiel jetzt Vorgesetzte sind, ja, im Betrieb, ja, und die eventuell ja auch krank waren, die Depressionen hatten, die Leiden hatten und trotzdem sich zur Arbeit geschleppt haben und unter größten Aufwendungen und Schmerzen gebuckelt und gepaukt haben, sich eben nicht gegönnt haben, überhaupt einmal krank zu sein. Die sehen jetzt auf einmal, dass ganz, ganz viele jüngere Arbeitnehmer nachrücken, die jungen Generationen, die ganz anders leben. Die sagen, ich mache keine unbezahlten Überständen. Die sagen, nö, für ein geringes Gehalt mache ich mich doch nicht kaputt. Die sagen, nö, bevor ich, ja, mich unter Wert verkaufe, arbeite ich lieber gar nicht, werde Bürgergeld kassieren und so weiter und so fort. Und das ist auch für die Menschen, die im alten Denksystem sich befinden, ein großer psychischer Schmerz, denn sie denken sich, wofür habe ich eigentlich mein ganzes, das ist ja dieser Satz immer auch, wofür habe ich eigentlich mein ganzes Leben gearbeitet, wenn andere jetzt das, wofür ich mich krumm gemacht habe, das gratis kriegen, whatever, und die werden ja auch, die fühlen sich ja auch lächerlich gemacht. Die sagen, warum arbeite ich eigentlich immer noch über meine eigentliche Leistungsfähigkeit hinaus, auf Kosten meiner Gesundheit, wenn alle Leute um mich herum sagen, nö, das mache ich nicht. Und das führt auch bei diesen Menschen zu Schmerzen und ganz, ganz häufig zu Hass, Neid und Missgunst, nach unten treten. Wir kennen es. Aber auch mal hier ganz wichtig, die meisten Menschen treten nicht nach unten, weil sie böse Menschen sind, sondern weil sie einfach vielleicht nicht ganz reflektiert sind, weil sie vielleicht in ihrer Persönlichkeitsentwicklung noch nicht die letzten Schritte gegangen sind, vielleicht auch aus Hass, Angst und Not. Aber Hass auch hier wird häufig in den Menschen erzeugt, weil sie einfach Schmerzen haben, weil sie sich selbst irgendwo ausweglos sehen und nicht weil sie böse geboren werden. So, Real Talk. Diese beiden Systeme prallen momentan ganz massiv aufeinander und das führt zu Irritationen bei beiden. Ja, und jeder sagt dem anderen, was er zu tun hat. Das ist ganz wichtig zu verstehen und deswegen weiß heutzutage niemand mehr, was er zu tun hat mit dem Nachteil von den Leuten, welche im Leben noch nicht, in der Gesellschaft noch nicht Fuß fassen konnten. Eher die Jüngeren, eher auch natürlich noch die psychisch Kranken, ganz wichtig zu verstehen, weil die anderen, die sind ja schon irgendwo, die müssen sich ja nicht mehr orientieren. Die ärgern sich vielleicht über das, was sie aktuell sehen, müssen sich aber nicht mehr in diesem Maße orientieren. So, ganz wichtig zu verstehen. Warum ist das momentan so? Warum haben wir gerade jetzt die Zeit? Warum nicht vor 200 Jahren? Ja, warum nicht in 200 Jahren? Warum sind gerade wir hier? Ja, die ihr auch das Video schaut. Natürlich, YouTube-Videos, das gucken eher die Jüngeren. Warum haben wir gerade so die Arschkarte? In einer so unglaublichen Undeckungsgleichheit zwischen innen und außen leben zu müssen. Das hat damit zu tun, dass wir immer mehr eigentlichen Wohlstand haben durch Maschinen und Computer, welche immer mehr leisten können. Ihr müsst verstehen, in den 80er, 90er Jahren, als der Personal Computer Einzug gehalten hat in die Firmen, ja, das werden die Älteren unter euch noch wissen, wie es war, da war immer das große Versprechen, jetzt kommt der Computer und der Computer, der kann schon ganz viel alleine, jetzt müssen wir dann alle nur noch weniger arbeiten. Eben nicht mehr 40 plus Stunden oder damals hat man ja teilweise sogar nur 35 Stunden, 37 Stunden gearbeitet. Wir müssen jetzt bald nur noch 30 oder 25 oder 20 oder 15 Stunden arbeiten, weil wir haben ja jetzt den Computer. Das war damals das Versprechen und das war ein richtiges Versprechen. Es wurde aber nicht umgesetzt, denn in der Praxis wurde es einfach so umgesetzt, dass die Leute genauso viel und genauso hart gearbeitet haben, aber mehr geleistet haben und diese Mehrleistung, der Mehrertrag schlicht und ergreifend von den oberen Herren, den Leitungen der Firmen, den Vorgesetzten, den Bossen, den Managern abgeschöpft wurden. Und das ist ja auch das, was wir sehen. Die einen werden immer reicher und die anderen, ich will nicht sagen, werden immer ärmer, das stimmt nicht, relativ gesehen oder hat man schon mehr, aber sie bleiben irgendwo auf ihrem Level, müssen genauso viel arbeiten und profitieren nicht im gleichen Maße von den technischen Fortschritten unserer Gesellschaft. So, das ist leider das, was passiert ist in der Konsequenz, aber eigentlich, und das ist ganz wichtig zu verstehen, die Leute im Neuendenk-System, die jünger sind, wissen ja, sehen ja, ja, erkennen, ja, eigentlich werde ich hier verarscht, eigentlich haben wir doch die Computer, eigentlich haben wir doch die Produktionsmittel, eigentlich müssten wir alle im Wohlstand leben und wir haben natürlich auch ein sehr viel besseres Sozialsystem heutzutage, wo man sagt, ja, eigentlich sind die Leute, die nicht viel arbeiten können und mitunter sogar, wenn wir da einige Peoples haben, die nicht arbeiten wollen, auch hier nochmal der Hinweis, ganz, ganz wichtig, die allerwenigsten Menschen in unserer Gesellschaft sind wirklich faul, ja, die allerwenigsten sagen, ich will gar nichts tun, wir sehen, dass die meisten Leute ja sogar lächzen nach einer Tätigkeit, die meisten Leute reden sich das häufig selber ein, diese Systemrebellenhaltung aus Angst, es ist ein Ausweichverhalten, weil sie auf die Nase gefallen sind, weil sie eben, weil sie eine Ausbildung gemacht haben und der Gott keine Wertschätzung bekommen haben, die sie in einer, in einer, in einem positiven Kreislauf immer weiter angepusht hat, hey, ich gehe arbeiten, kriege dafür Geld und Wertschätzung, das veranlasst mich dazu, noch mehr zu arbeiten, positive Aufwärtsspirale, nein, diese Leute sind häufig zur Arbeit gegangen und haben dafür nur einen Dritten in den Arsch bekommen und sagen deswegen natürlich, oh, fuck the system, ich gehe nicht mehr arbeiten, ja, das ist aber nicht, das ist nicht das Gleiche wie Faulheit, das ist ganz wichtig zu verstehen, das ist ein Ausweichverhalten, basiert auf Traumatisierungen, und deswegen schaue ich auch nicht krimig und böse auf diese Menschen, ja, und wir haben eigentlich die Möglichkeiten durch unser aktuelles technisches System, durch künstliche Intelligenz, durch Roboter, welche mehr produzieren als je zuvor, die Menschen auch noch durchzubringen, nur wir haben es natürlich mal wieder, dass wir einen unglaublichen, einen Missstand in der Verteilung haben und das ganz Wichtige und da sind wir wieder bei dem Unterschied der inneren Realität und der äußeren Realität, Leute im neuen Denksystem, dass die das ja sehen, dass die das ja wissen und sehen, ja, eigentlich werde ich hier verarscht, ja, und, ja, so prallen eben diese beiden Systeme aufeinander und jeder invalidiert sich selbst, jeder hat einen anderen Glaubenssatz und die jeweils andere Seite lebt jedem eine andere äußere Realität vor und somit leiden beide, das, und, ja, deswegen ist das heutzutage so und in zehn Jahren wird da schon mehr Klarheit im System drin sein, ja, ähm, davon bin ich schon überzeugt, ähm, vielleicht noch nicht in fünf, aber in zehn Jahren auf jeden Fall und dieses Video soll dir jetzt da draußen, der sagt, ich bin eingeklemmt, wahrscheinlich gehörst du es zu den Leuten mit jüngerem Denksystem, hey, ähm, ich bin gut und liebenswert, so wie ich bin, eigentlich kann ich gar nicht so viel arbeiten, ich würde schon gerne arbeiten, habe aber auch keinen Bock, mich beleidigen und ausbeuten zu lassen, vier, fünf Stunden, das hat auch der Amtsarzt festgestellt, äh, was soll ich denn jetzt tun, was soll ich jetzt tun, soll ich das tun, oder soll ich über meine Kapazitäten versuchen, mich selber zu verheizen, um dem Genüge zu werden, was, alte Leute, es klingt so hart, und nochmal ganz wichtig, natürlich gibt es Mischformen, natürlich gibt es auch junge Leute, die das alte Denksystem haben, das sich so eingetrichtert haben, welche da noch nicht reflektiert sind, ja, ist ganz wichtig zu verstehen, ähm, äh, ja, das hängt, ja, das, wir haben natürlich eine statistische Verschiebung, was das Alter der Leute anbelangt, aber es ist nicht absolut zu sehen, was Leute, die im alten Denksystem sind, von mir verlangen, wie soll ich mich entscheiden, meine persönliche Empfehlung, wenn ihr das jetzt wissen wollt, meine persönliche Empfehlung ist es, tut das, was euch entspricht, und versteht bitte, dass es von einer philosophisch-humanen Perspektive sehr viel sinnvoller, und meiner Meinung nach auch sehr viel richtiger ist, dass wir tatsächlich, ja, verstehen, jeder Mensch hat einen humanen Wert, ohne sich den erst erarbeiten zu müssen, und viele werden sagen, oder viele richtigerweise natürlich feststellen, ja, im Tierreich läuft es aber auch anders, ja, wir müssen aber sagen, wir leben ja nicht mehr im Tierreich, wir Menschen haben ja ganz andere Möglichkeiten, und ja, die Naturbasis ist die, dass ein Tier, welches nicht leistet, ähm, dass das vernichtet wird, Real Talk an dieser Stelle, ähm, äh, in der Regel natürlich, gibt auch andere Spezies, Anpassungssituation, blablabla, ähm, aber das ist ja nicht mehr die jetzige gesellschaftliche Realität, wir sind ja nicht mehr die Steinzeitmenschen, in der Steinzeit war das so, heutzutage ist es nicht mehr so, und deswegen würde ich persönlich raten, nach den höheren ethisch-moralisch-philosophischen Werten mich auszurichten, nämlich einfach zu verstehen, ich bin wertvoll als, als Lebewesen, ohne das erst beweisen zu müssen, natürlich soll jeder mitmachen in der Gesellschaft, natürlich soll niemand parasitär agieren, ähm, äh, auch wenn hinter diesem häufigen parasitären, äh, verhalten häufig eine Krankheit steckt, ich hab's ja schon gesagt, ähm, aber wer nicht arbeiten kann, der muss es, soll es nicht, und man soll sich nicht ausbeuten lassen, man soll sich nicht verscheißern lassen, das ist ganz, ganz wichtig, und das wird letztlich die Transformation, hoffentlich, unserer Gesellschaft auch boosten. So, ihr Lieben, soviel zu diesem Video, ich will's kurz und knackig halten, ihr kennt den Text, der jetzt am Ende kommt, abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr mich und dieses YouTube-Projekt unterstützen möchtet, werdet gerne Kanalmitglied, oder haut auch einen der Superstanks-Käufe rein, damit könnt ihr mich natürlich unterstützen, und ansonsten freue ich mich einfach darüber, wenn ihr am nächsten Mal wieder dabei seid, dann haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.